da ist was okay also sie fragte aber ihrem ihr mann alle schlüssel gegeben hat er sagt ja aber er sagt wenn ihr recht ist kann sie selber nachgucken okay das machen wir dann auch mal so und ich wette sie wird fündig ein schlüssel den wir nicht nehmen können hat er nimmt sie selbstständig okay karnabasch ist aber ich habe es k so Okay, sie hat ihm jetzt nochmal in den Kopf geknallt, dass für den Kano-Waschbesitz, dass da doch noch ein Schlüssel, dass sie da einen gefunden hat. Und sie hat ihn gefragt, was das ist und er sagt, ein sehr großer Schlüssel. Tja, okay, dann haben wir hier schon mal soweit alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Villa, zur Villa Kunterbunt. Ne, wir gucken gleich erstmal, was das hier so nebenan noch gibt. Bei Luz Antiquitäten, obwohl wir gucken erstmal rein, ob da nicht auch zu ist. Also mit den Leuten, die draußen rumlaufen, weiß ich, geschlossen. Na toll. Mit den Leuten, die draußen rumlaufen, weiß ich, dass man nicht sprechen kann. Ja, es ist tatsächlich verschlossen. Na sowas. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Hier hin. Und irgendwie habe ich, glaube ich, ja genau, hier können wir auch noch hingehen. Dann mal ab dafür. So, wer ist hier? Oha. Ja. Da hätte ich aber gleich mal drei Schritte zurück gemacht und den Rückwärtsgang eingelegt. Was soll der großen Töne hier? Ja, da sieht man. Voll aggro. Möhre hier. Was haben wir hier? Post. Jetzt klaut sie noch die Post. Hei, ihr Alter, wird ja mal dreist sein. Was ist da denn los? Mr. Marcom. Wirm Shadow. Wirm Shadow. Okay. Wirm Shadow. Irgendwie so. Kommen wir bestimmt später noch drauf, wie der heißt. So. Okay. Können wir hier sonst noch was machen? Na. Der Kölner ist auch voll fixiert hier auf den Dingens. Auch nicht schlecht. Da kommen wir nicht hin. Mehr können wir dann erstmal nicht machen. Oder hauen wir erstmal ab. Und dann würde ich sagen, voller Neugierde, weil mehr geht hier glaube ich nicht. Ne. Voller Neugierde zurück into the house in Senvi. Guck mal, wo der Schlüssel passt. Ich nehme mal an, wir hatten jetzt drei verschlossene Türen. Eine im zweiten Stock. Da steckt der Schlüssel von innen. Fällt aus. Dann hatten wir eine in der großen Halle. Diese ganz große Tür. Und eine war noch. Von der großen Halle auch irgendwie ab. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Dann würde ich sagen, mit prüfendem Blick ab nach drinnen. Schön die 1, 2, 3, 4 Stufen nach oben. Und rein in die gute Stube. Was für eine Mucke, Alter. So. Oh. Okay. So. Dann irgendwie so. Genau. Ja, geh mal zu hier. Und dann, ja mit dem Schlüssel. Ja genau. Mit dem Schlüssel. An die große Tür. Ich überlege auch gerade, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Okay. Dann verbirgt sich dahinter was völlig anderes, als ich jetzt erwartet habe. Weil ich hatte jetzt echt gedacht, dass wir mit dem Schlüssel die Tür aufkriegen. Dann muss das, kann ja nur noch die andere sein. Wenn das Ding im ersten Stock von innen steckt, dann kann das ja nur noch die hier sein. Dann testen wir das Ganze mal. Klick. Und auf die Tür. Oh, äh, Tür. Optidor. So, Schlüssel wieder weg. Äh, ja, was haben wir hier alles? Ja, Kaminbuch oder so. Fangen wir mal hier mit dem Buch an. So, ich hoffe, dass der Text jetzt auf Deutsch ist. Weil sie liest jetzt noch was vor. Und da muss man jetzt mal was beachten zu dem Spiel. Unser Reporter hat sich letzte Nacht Kanos Phantasmagorienwelt im ägyptischen Theater in London angesehen. Und fand sie beängstigend, aufregend und unglaublich. Im Angesicht des blutigen Realismus der Attraktionen fehlen die Damen der Gesellschaft reihenweise in Ohnmacht. Für den Uneingeweihten sei erwähnt, dass Kanos Darbietungen nichts für ängstliche Gemüter sind. Sie zeigen okkulte Bilder, die schwarzen Künste, Foltergeräte und das Abtrennen von Körperteilen. Dieses Inferno wird begleitet von einer großzügigen Mischung aus Schreien, Blähen, Heulen und angsteinflößender Orgelmusik. Alle von ihnen, denen Angst und Gefahr nicht fremd sind, haben ein unvergessliches Erlebnis vor sich. Also, ich habe das eben gerade mit der Maus oben ein bisschen eingekreist. 1887. Das ist nicht nur die Zahl vom HSV, also das Gründungsjahr, sondern das ist auch das Jahr, in dem dieser Kano, Kano, Kanosch, wie auch immer, auf dessen Besitz wir uns ja hier befinden, also ehemaligen Besitz. Also, das heißt, dieses Haus steht so seit 1887 und ja, mhm, ja. So, was haben wir hier noch? Eine Reihe Bücher hier, was haben wir hier so? Gregtek und Materials and You. Alte Schlampen geben alles. Prognostikationen des Schmutz? Okay. Der Däver hat mich das gemacht. Ah, ja. Ja, das ist wirklich streit. Tja, äh, ziemlich abgespacede Bücher da, mit Anbetung der Tiere und die Geheim... das Geheimnis des Todes und so. So, hier haben wir den nächsten Kamin. Die alte hat's hier auch, oder dieses Haus hat's aber auch mit Kamin. Aber da können wir auch was machen. Was können wir da ja machen? Ja, guck dich mal ein bisschen um. Oh, du Tollpatsch. Da hast du was kaputt gemacht. Mehr kommt da jetzt nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Ein Altar. Oh. Ein Altar. Oh. Wenn ich mir das Inventar jetzt so anschaue, liebe Leute, und meine Erinnerungen mich nicht trügen, haben wir was vergessen. Da kommt sie jetzt nicht rein. Da fehlt uns jetzt ein Item. Und wir kriegen das Inventar doch voll. Aber warum kriegen wir das Inventar voll? Weil ich die 5 Dollar schon vorher genommen hab. Deswegen. Ha. Okay. Alles klar. So. Denn. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, müsste hier noch was sein. Was haben wir hier? Schublade. Das Ding. Ist das? Katzenstatue. Oder Kaninchen oder irgendwie sowas. Das kann man nochmal benutzen. So. Über eine Katzenstatue. Ah. Das ist ja ein Brieföffner. Ah. Na sowas. So. Und steck den mal wieder ein. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich glaube, ich kenne die Maus hier schon mal. Ich glaube, da kommt nochmal so ein Brief zum Vorschein. Was haben wir da? Ah. Irgendwie ein Zettel. Alter. Von 1887. Das sind fast 100 Jahre, Alter. Und wie sie damit umgeht. Oh mein Gott. Lieber Jeremiah. Es ist meine Aufmerksamkeit nicht entgangen. Dass sie erst kürzlich ein einzigartiges Buch erworben haben, als sie diesen Winter Ägypten bereisten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dieses Werk gewaltiges Wissen in Bezug auf die Arkanen Rituale der Zauberei und Magie bergt. Ich zittere bei dem Gedanken, es lesen zu dürfen. Wie sie wissen, frustriert mich der Gedanke, dass ich meine Umwelt nicht wirklich kontrollieren kann. Dass meine sogenannte Magie nichts weiter ist als billige Illusion. Im nächsten Monat werde ich mir in Paris die Ehre geben, aufzutreten. Werden sie dann in der Stadt sein? Wenn ja, würde ich gerne ein Treffen vereinbaren, im Verlauf dessen ich ihre faszinierende Neuerwerbung untersuchen könnte. Wenn das Buch wirklich authentisch sein sollte, wäre ich mehr als bereit, eine angemessene Summe für dessen Erwerb zu zahlen. In freudiger Erwartung die besten Wünsche, Soltan. Soltan, da haben wir ihn wieder. Soltan. War doch mal irgendein Film. Soltan. Ey Mann, wo ist mein Auto? Genau, der Film war das. Äh, so. Okay. Aber, wie gesagt, wir können hier jetzt noch nicht weitermachen. Wir müssen nochmal irgendwo hin. Wir müssen noch ein Teil holen. Ein Teil fehlt noch. Äh, da müssen wir hier zurück. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall im Erdgeschoss war das. Und da waren wir auch schon. War das hier? Ne, hier war das nicht. Hier war der Schürhaken. Genau. Äh, hier einmal zurück. Und dann da rein. Genau. Hier rein in den Raum. Und dann machst du mal bitte Licht. Und dann nimmst du dir mal die Brechstange. Brechstange ist auch geil. Äh, den Schürhaken halt. Und dann. Ja. Komm. Gib alles. Ja. Gleich. Noch ein Stückchen. Du biegst ihn noch rum. Mach's doch nicht kaputt. Kaputt. Entweder kaputt oder auf. Auf. Auf geht der Keller. Nachts in des Kellers Tiefen. Es waren die Geister, die mich riefen. Hm. Okay. Nun ist der Keller offen. Und die Musik hat sich arg verändert. Können wir den Schürhaken wieder wegpacken. Und dann ab nach unten. Was uns da erwarten wird. Ich kann nicht ein Ding da sehen. Also sie kann nichts erkennen da unten. Ja. Äh. Streichholz? Nicht? Hä? Ah. Auf sie. Okay. Ja. Dann ab nach unten. Mit einem Streichholz. Super. Mit einem Streichholz in der Hand. Nach da unten. Oh. Oh. Aua. Da kriegst du ja Kopf bei. Wollen aber mal nicht den Realismus anprangern hier. So eine alte Petra-Ulium-Lampe. Oh. 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 Oh.